Hallo ihr Langweiler da draußen und willkommen zurück zu Adventures of Shaggy. Ein Level gibt es hier noch im Dungeon, heißt das Gebiet, glaube ich. Ah, das ist wieder sowas. Nein. Ah, das ist ekelhaft. Oh Gott, werde ich ja ewig dafür brauchen. Okay, das funktioniert schon mal gar nicht. So, da bekomme ich die. So, 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 darüber. Und da hin. Das sind noch mal zwei. Äh, ne, hier unten. So, so. So, so. Wieder da hoch. Hier rein. Nein, bei den Letzten. Ah, so richtig scheiße. Jetzt packe ich erstmal euch da mit rein. So, 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 so. Und alle da. So, 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 geht doch. Gut, das Dungeon ist durch. Auf den Friedhof und den Uhrenturm kommen wir noch nicht. Dann ist das nächste wohl der Boiler Room. Okay. Ganz viele Shuggies. Naja, eigentlich nur drei. Dich alle irgendwie nutzen muss, um an die Edelsteine zu kommen. Vielleicht mache ich das richtig, vielleicht mache ich das falsch. Äh, okay. Mehr geht nicht. Nehmen wir doch mal dich. Das war dumm. Ich bezweifle es, wenn es Spiele drei gibt. Wird ich auch alle drei brauchen, wahrscheinlich. Das könnte gehen. Hm, das könnte gehen. Ja, das geht. Super. Macht's gar nichts, dass ich den einen gefehlt habe. Switch Palace. Was sind wir jetzt bei Mario? Äh, was mach ich hier auf? Was, was? Ach, das ist das hier. Was ist das hier? Da ist einer da unten. Das ist auch... Ach, okay. Das sind die drei da unten. Dann vielleicht hier. So. Das ist das hier. Was ist das hier? Ah, ne, dafür brauche ich alle drei. Okay. Dann kommen wir mal hier hoch. So, jetzt habe ich alle drei und fallen in die Lava. Sehr schön. Richtig gut. So. Gehen wir da hoch. Nehmen wir den mit. Okay, du möchtest den nehmen. Auch gut. Nämlich diesen hier. Ach, sonst komm her. Und hab alles. Schön. Okay, wieder ein Zeitlevel. Muss ich hier wirklich mit drei? Drei? Scheint fast so. Okay. Nein, das zwar schwach sind. So. Okay. 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 So, dann springen wir da hoch. Oh, man. Noch ein Zeitlevel Okay, das ist Schwachsinn Ich kann ruhig immer stehen bleiben auf dem Ding Bis der nächste kommt Oh Okay, das macht die Sache schwieriger Oh Okay, das macht die Sache Okay, das macht die Sache Oh Mann, wie geht denn das jetzt? Okay, ich muss da einen relativ langen Warten, glaube ich. Nein. Okay. Hmm. 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 verschwachsen so wenn ich mich selber so bis jetzt bis jetzt Ich gehe da wieder runter. Und fertig. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.